Grüezi, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Danke. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke. Guten Tag, das Ticket. Bitteschön. Auf geht's. Hallo, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Tschau. Grüezi, bitte sehr. Dankeschön. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Danke sehr. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Danke. Salü, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Jetzt wäre ich fast in den falschen Bus eingestiegen. Guten Tag, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ciao. Servus, fahren Sie in meine Richtung. Cool. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Ach, Moment mal. Das ist ja gar nicht meine Richtung. Das ist ja gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020